Also die Metropole Ruhr ist ein hochinteressanter Standort, nicht in Deutschland, sondern in Europa, weil er eben aufgrund seiner Lage und seiner Bevölkerung, seiner guten Verkehrsanbindung und vor allem auch zentralen Lage innerhalb Deutschlands ideal ist für Office, für Büros, für Logistik und der vielen Menschen, die hier leben. Es gibt in allen Städten Möglichkeiten zu investieren, entweder in Grundstücke, die man entwickeln kann oder auch Bestandsgebäude, die revitalisiert und optimiert werden können. Da gibt es viele tolle Beispiele, wo das gelungen ist und wo auch die Investoren und auch die Mieter viel Freude daran gehabt haben.